Xperience macht schon wieder Kacke, beziehungsweise Shadowclay macht schon wieder Kacke. Mensch. Wieder hoch! Was ist der Kacke? Gibt's auch noch einen anderen Weg. Ich wäre echt froh. Ja, Wahnsinn. Etwas Sand. Ich versuche, was es ist wert. Okay. Okay, ja. Warum so schwer machen wir uns doch einfach geht. Ja, schon besser. So, jetzt, ah. Ach da. Brieftaschefall. Schon wieder. Oh, das sind unsere Leute. Okay. Oh, ein Rochen. Sag dein Rochen. Ein Mantarochen. Dann haben wir das auch schon mal wieder freigeschaltet. Ja. Das ging ein bisschen sauer runter gerade. Gut. Wo geht's denn weiter? Okay. 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 Ja. Oh, das ist so. Und jetzt, was ist das? Oh. Oh, das ist so. Oh, das ist jetzt so. Oh, das ist so. So 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 Na Wollen wir da weiter Die Schießen ist da nicht hin? Das ist in der Luft rum! Mensch das mach es doch auch nicht ז Das ist ein bisschen laufend, dann werden wir ja eh kein Auto rumstehen.